Wir begrüßen unsere Wahl mit der Sitzung und bestimmen den Erlebensreihentag. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir unser nächstes Etappen 7. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir ein Tunzig und dort legen wir einen Fertig an den Scheinreinwand ein. Meine Damen und Herren, in Kürze erreichen wir ein Fahrverband. Alles so heftig. Kürze schon mal rein, gucke gleich. Komm mal her, setz dich mal drauf. Ich würde sagen, die ist gut. Da muss man mal hinwerfen. Ja, aber darauf habe ich nicht nachgedacht. Ich war so, dass sie mir sehr aufgestanden haben. Ja, das machen wir mal.